I'm boom, what to do you too, bro. Come on, wir sind wieder back mit einem neuen Video, okay. Und zwar wird es so sein, dass wir Haustouren mit meinen Viewer machen. Das heißt, meine Viewer kommen mit dem Handy in Discord rein, okay. Und dann werde ich denen sagen, dass sie von einem bestimmten Punkt geradeaus ins Zimmer gehen sollen, links ins Zimmer, rechts ins Zimmer. Und dann schauen wir uns einfach mal so, sage ich mal, das Innenleben von den Häusern meiner Viewer an. Ja, was ganz Simples. Deswegen, Link wird in der Videobeschreibung sein. Einfach auf meinen Discord kommen, um das nächste Mal mitzumachen. Und wenn ihr das nächste Mal in den Streams dabei sein wollt, einfach auf Twitch abonnieren. Kostenlos, so wie hier auf YouTube. Wenn euch das Video gefällt, gerne ein Like dalassen. Bei 1000 Likes machen wir einen Part 2. Was geht alles mit? Ja, bei dir. Auch, auch, auch. So, du weißt, was wir hier machen? Ja, ja. Okay, alles klar. Dann machen wir den Kameraden, mal gucken. Ja, bro, erstmal so. Ich bin allein zu Hause, so. Ist mies, unaufgereiht. Okay. Okay, okay, okay. Also, ich krieg gerade Balkon. Also, hier. Balkon so mäßig. Okay, Balkon, Balkon, okay. Zeig mal draußen so. Zeig mal, also so draußen so. Okay, 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 okay. Da sind miese Zigeuner, alle verkaufen Drugs, ja. Ja, musst du wissen. Okay, danke für die Info. Okay, dann zeig mal. Ich hatte da meine Airpods, die ich für 30 Euro gekauft habe, bei chinesischen Websites für 130 Euro verkauft. Wen hast du da abgezogen? Egal, ja. Business. Na, bro, das ist Scam, kein Business. Aber egal. Okay, gut, dann geh mal in dein Haus rein. Schauen wir mal. Ja, also hier ist es so. Mäßig so. Okay, 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 okay. Wohnzimmer. Okay, Teppich und so. So, Küche so. Küche, okay. Habt ihr einen Hamster? Wake up. Ey, yo, warum habt ihr 50 Kreditkarten? Na, bro, bro sieht, bro sieht nicht glücklich aus. Der eine ist fett. Der eine klettert nur. It's for real, Digga. Der eine ist Spiderman. Kannst Mathe und so. Ihr habt zwei, oder was? Ja, ja. Aber warum sehe ich nur einen? Der eine versteckt runtergekommen. Hier, Kühlschrank so mäßig. Mit WLAN sogar, keine Ahnung warum. WLAN? Warte. Warum hat euer Kühlschrank WLAN, Bruder? Okay, W, Kühlschrank. Sorry, Kühlschrank. W, Fleisch. Sehr stark, sehr stark. Sauber, sauber, sauber. Ist, ist es eine Popcorn? What? Warte mal, ihr macht euren Obst im Popcornbehälter rein. Also, auf den ist es nicht mal schlimm. Ist gar nicht mal so dumm so eigentlich. Okay, okay. Apfel, Apfel. Sehr, sehr stark, sehr stark. Okay. Ist auf jeden Fall ein Upgrade zu den anderen, der... Wow. Ey, diese Mini sah gerade nicht Ding aus. Sieht ein bisschen creepy aus, Digga. Findest du nicht? Naja, so. Wer macht das? Wollt uns wieder, machen wir jetzt sauerhaft. Ja, tschu mal. Vor dem Kopf schlägt. Okay. Jetzt ist ein Gang halt so, zu allen Zimmern von meiner Schwester. Okay. Ah, Toiletten habe ich gar nicht gesehen. Bro. Warum habt ihr einfach einen Fußball auf... ... in eurem Bart, Digga. Okay, okay. Aha. Erst Toiletten habe ich Spaß. Aha, aha, aha. Das ist dein Zimmer? Ja, Mann. Hier, ich wohne. Nein, das ist... Achso, noch eine Toilette. Okay, okay, noch ein Bart. Okay, 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 okay. Teichet, Teichet, Teichet. Okay. Warte, wie viele Geschwister hast du eigentlich? Zwei. Okay, okay. Zwei Brüder? Damn. Bro, also... Na ja, so... Ich weiß, ein bisschen... ...wann träumen, so. Aha. Warte, 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 warte. Was auf dein Bett? Nichts. Achso, okay, gut. Das sah gerade ein bisschen komisch aus. So, hier so... ...mal ein Trekkies-mäßig. Warte, warte, was ist das für ein Schrank? Hier, PS5 drin. Ich schwöre auf meine Mutter, aber mein Vater schickt zurück, weil ich ohne seine Erlaubnis bestellt habe. Niemals. Ich schwöre auf meine Mutter sogar, da ist PS5 drin. Digga, einfach PS5. Ich schwöre, ey, ich bin so depressiv, ich weiß es nicht. Da ist der PS5 drin. Der meinte, guck mal, du bestellst, du schickst zurück und dann bestellst du. Weil du hast ohne meine Erlaubnis bestellt. Was? Das ist crazy, das ist crazy da. Okay, Boxsack, Boxsack, okay. Leute sagen PS5 aus Türkei. Ach, kack. Warte. Ja, so. Ey, stimmt so, als stimmt es, dass du der Panda-Buy-Endgegner bist? Also erstmal so hier so, Trekkie. Ich gehe mal meine Schuhe sammeln. Zeig mal her. Hey, yo. Okay. Ich höre dich nicht, ne? Falls du irgendwas sagst, du bist auch stumm. Ja, es ist lauter, es f*** ich. Achso, ist okay. Pick up, wo sind meine anderen Schuhe? Bro. Okay, vape, zwei vape Schuhe. Ja, tschu mal. Da noch Joggerschuhe. Jesus Christ. Ich habe noch R-Mix 95 und LVs bestellt. Aber muss noch warten, ja, Panda bei meinen Agenten. Der bekommt nicht genug. Nein, Bro, der Panda bei Handpost, nigga. Da ist no way, bro. Also wenn du Hilfe brauchst, ne? Kannst du mir schreiben. Bruder, ich bleib bei OG. Irgendwann kommst du auch dahinten, dass du OG bist. Aber nein, ich meins ernst. Nein. Was denn? Kennst du Broken Planet? Ja. Nein, guck mal, ich habe Broken Planet, oder? Aha. Dicke, meine Mutter hat gewaschen, Sternenabgang, einfach weiße Farbe weg. Dicke. Ja, Bruder, das ist halt Stigger und Raps, ne? Bro. Dicke, guck mal, sein Arsch, Dicke. Das ist auf gar keinen Fall Skeleton Arsch, Dicke. Bro, ja, auf den, du kannst ja mit Tivex vielleicht anmalen, so. Ich hatte mal Tech, ne? Nike Tech Anzug. Aha. Von Türkei. Hier. Ich schwöre, das war einfach diese Nike-Tession, das war weiß, ne? Ich habe mit Tivex angemalt. Ey. Ey, du bist schlimm. Bro, also. Schlimme Zeiten, ja. Na, Bro ist der Endgegner. Aber okay, so, ich küsse dir her. Danke, dass du mitgemacht hast, ja? Ja, ja. Auf, Bruder, ciao, ciao. Ah, Leroy, noch eine Frage, noch eine Frage. Erzähl. Äh, Dings, kommst du, ähm, Play, also Opium-Tour in Köln? Auf gar keinen Fall, Bruder, das ist nicht mein Film. Das ist nicht mein Film. Ich bin nicht Opium, Bruder. Ich bin nicht Opium. Du, oder was? Also, Elmado und ich gehen dahin, ja, deswegen. Na, ich wünsche euch viel Erfolg und Spaß. Geht auf jeden Fall vorher in die Kirche, bevor eure Seele da einfach geopfert wird. Ich will nicht Opium sein, Digga. Sag dir so, wie es ist. Ja, okay. Ey, yo, ist dein Kuscheltier? Ja, ja. Mein kleiner Bruder auf einen. Ich glaube, ich muss das gehen, ja. Warum ist der Raps Endgegner, Digga? The fuck? Was geht? Alles gut? Ja, alles gut, alles gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du weißt, was dir abgeht? Ja, das Problem ist, ich kann kein Haustour machen, aber ich kann ein Roomtour machen. Ist okay? Ja, okay, komm. Komm, Roomtour geht auch durch. Okay, 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 okay. Zumindest ein aufgeräumtes Zimmer, ne? So. Ja, aufgeräumt. Das sieht man auf jeden Fall selten, okay. Dann, du hast auf jeden Fall deinen Schrank. Ja, mein Schrank, ja. Ja, man braucht da keinen großen Schrank. Aber warte mal, was hast du da für... Aber ich habe hier. Achso, achso, okay, 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 okay. Ja, okay, solid, solid, solid. Aber was sind da alles für Sachen? Du hast einen Drucker? Was sind das da alle? Nein, nein. Was sind da? Achso, nein, das Laptop. Eigentlich habe ich zwei. Ich habe zwei Laptops. Was hast du, zwei Laptops? Ja, das für Linux und das für Apple. Na, Bro, es reicht. What the fuck? Okay, okay, okay. Ich habe... Ich habe... Wir sehen nichts mehr. Ja, okay, jetzt wieder. Ja, jemand hat mir Snap geschickt. Auf jeden Fall das PlayStation, PC. Aha. Bist du auch am Stream und so? Ja, ich mache... Ja, hier ist so... Ja, wie Sachen und so alles. Aha. Und... Ja, was soll ich sagen? Ähm... Tja, ich stehe ein solides Zimmer. Ich meine, es ist ein solides Zimmer. Du hast alles da, was man braucht. Oder du hast sogar... VR-Play? Ja. Geister, was zockst du da für Spiele? Ähm, was nochmal? Was für viele Spiele daraus du spielst? Ähm, vieles. Okay, okay. Ich überlege mir die ganze Zeit vielleicht auch zu. Mal gucken, mal gucken. Aber okay, es sieht doch stark aus, ja? Doch. Solides Zimmer, ja? Solides Zimmer. Auf jeden Fall. Du hast alles da, was du brauchst. Und Bro ist einfach reich mit seinen zwei Laptops. Ich bin nicht reich, aber okay. Ja, das für Schule, das für Basketball. Da gehe ich immer so freiwillig. Ja. Mhm, 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 mhm. Okay, okay. Zeig, zeig. Mein Monit war eigentlich, aber ich benutze immer eine, weil, ja, ich bin nicht gefüllt. Ganze Sachen auf meinen Tisch, ja. Ja, 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 ich weiß was. Ja, wenn dir nur einer reicht, dann. Ich hatte ja auch mal drei stehen gehabt und drei waren mir zu viel und dann habe ich alles auf zwei gelassen. Deswegen. Ja. Okay, okay. Sauber, 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 sauber. Okay, Bruder, ich küsse dir jetzt. Danke, dass du mitgemacht hast, ja? Ja, ich küsse dir jetzt. Auch, ciao, ciao. So, weißt du, was hier abgeht? Ja, ich kann Haustür machen. Ja, ja, genau, okay, sehr stark, sehr stark. Alles klar, gut. Warte, wo kann ich Kamera drehen? Da. Da, genau, 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 genau. So, da, hier kommen wir rein. Draußen ist dunkel, weiß ich nicht so viel. Aha, aha, aha. Da haben wir jetzt noch Hausflur. Mhm. Hier kommt man rein, ist Küche. Küche, stark, Küche, stark, Küche, okay. Da haben wir gerade eine Pizza, deswegen. Ja, welche Pizza? Margarita, ich bin vegetarisch gerade für Facharbeit in der Schule, deswegen. Ah, okay. Warte mal, warum bist du vegetarisch? Wegen meiner Facharbeit, das ist so viel Schule, so eine zehnseitige Aufgabe. Und ich habe, muss über vegetarisch schreiben. Okay. Das ist mein Selbstexperiment. Okay, crazy. Okay, crazy, crazy, okay. Hier ist sozusagen Dings, Veranda und Garten und so. Aha. Da sieht man nicht viel, ist komplett draußen kalt. Aha. Hier runter geht's Keller, aber da sieht man nicht so viel. Ich würde einfach skippen. Ja, ja, okay, 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 gehen wir hoch, gehen wir hoch. Dann hier ist Bad einfach. Aha. Dann ist hier Gästezimmer und noch ein bisschen Fernsehen oder so, wo ich manchmal Fußball gucke. Mhm, 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 mhm. Dann hier ist das Zimmer von meinem Bruder. Chad, W oder R Haus? Aha. Giga hat mein Zimmer, ist ein bisschen unaufgeräumt. Ich kann gerade Pause von Fußball spielen im Ring, deswegen. Dann geht's noch eins hoch. Okay, ihr habt vier, vier Stöcke oder was? Fünf. Fünf? Na, wo lebt, Bro? Dann hier ist so Pouch von meinen Eltern und Fernseher und so. Okay. Ja, hier ist einfach so Arbeitsplatz von meiner Mutter. Bett. Mhm. Und da hinten sind einfach noch so Schränke und so. Okay, okay, okay. Und, warte mal, das ist jetzt die dritte Etage jetzt gewesen. Ja. Und warte, eine Sache noch. Aha. Ich muss noch mal runter. Alles gut. God damn, fünf Etagen, Digga. Frag nach what? Ich muss noch mal kurz in den Keller. Easy, easy, easy. Hier ist noch so Sauna. Was? Na, na, bro. There's no way, bro. Bro, einfach eine eigene Sauna, weil sie nicht zu Hause steht. The fuck? Na, Bruder, ist dein Vater Jeff Bezos oder wie sieht's aus? Nee. Eigentlich ganz normal. Dann sind hier einfach noch so ein paar Sachen. Dann geht man hier rüber. Warte mal, wie benutzt du die Sauna manchmal? Ja, manchmal. Wie oft so in der Woche beziehungsweise im Monat? So, vielleicht zweimal im Monat. Okay, okay. Ey, das ist ja böse stark. Dann hier ein paar einfach Boxsack und ein paar Sachen. Und hier ist noch ein Schuhregal. Okay, okay, stark sau, stark sau. Ey, das ist eine neue Wohnung. Das ist eine neue Wohnung. Aber, bro, wir sagen, er hat wirklich eine eigene Fähigkeit. Er hat einen Sauna bei sich zu Hause und will mir sagen, er ist nicht reich. The fuck? Na, das ist crazy, bro. Okay, das ist wirklich toll. Also, das ist nicht überdurchschnittlich. Mein Vater ist Arzt, deswegen. Noch mal bitte? Mein Vater ist Arzt, man. Nee, ich bin gerade im Keller noch, deswegen. Ich hab mir ein bisschen schlecht. Dein Vater ist Arzt und du bist nicht reich. Okay. Yeah, ey, bro. Aber okay, okay, okay. Starkes Haus, starkes Haus. Love your house, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, danke. Ich küsse auf jeden Fall in dein Herz, dass du mitgemacht hast. Ich hab bei dir übrigens. Und guten Appetit mit deiner vegetarischen Pizza, ja? Das ist krass. Auf, hau rein, ciao, ciao. Aha. Guck mal, hier, mein Sofa, ne? Aha. So ein bisschen Kleidung, aber egal. Das Kissen da, hier ist mein Bett. Wow, 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 warte, warte, warte. Guck mal, warte. Dein Kamera, okay, jetzt die Chef. Warum sind so viele Taschentücher auf deinem Beji? Ähm, meine Haare haben gejuckt. Und was machst du mit Taschentüchern bei deinen Haaren? Ja, klebt man schon ein bisschen, weil dieses Bild da macht mich irgendwie ein bisschen zu geil, aber egal. Okay, 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 weißt du was? Egal, komm, gehen wir raus aus dein Zoo. Geben wir raus aus dein Zoo. Okay, gut, zeig weiter. Oder war da eine Zimmerschwester von meinem, ja. Okay, okay. Egal, guck mal, hier Toilette, da will er eigentlich. Hier Dusche und Bad, da waren wir zusammen, hier Toilette. Aha. Hier Wäschekorb und so. Aha, warte, warte, hat jemand die Toilette, hast du die Toilette nicht gespült? Warte mal, warte mal, warte mal. Hat irgendjemand die Strohrechnung gezahlt und man muss jetzt deine Handy-Taschenlappe nehmen? Boah, wie. Das verwirklich, komisch. Witzig. Also, hier ist Fernsehen. Okay, okay, okay. Hier ist Staubsauger. Aha, warte, 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 warte. Du hast eine Maschage, da kannst du so mit Fuß draus gehen, so absolut sicher. Egal. Okay, aber was ist jetzt das für ein Raum? Wohnzimmer. Wohnzimmer, okay, okay. Und ihr habt im Wohnzimmer einfach so ein Bett drin stehen? Da schlafen meine Eltern, Junge. Achso, also Schlafzimmer von den Eltern. Ja. Okay, weil du Wohnzimmer gehabt hast, okay, okay, okay. Eine schöne Puppe, die macht mir sehr viel Angst, weil ab und zu meine kommen in mein Zimmer und wenn mir still schnee, aber egal. Hey, yo, aus der Schlaf kommst du? China, Bruder. Ja? Und diese Miau-Miau, diese Miau-Miau essen, ne? Hey, hey, wow, 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 say no to AJ, hey, bruh, I had to say that. Okay, okay, okay. Dopp. Powerful. Okay. Schuhe, das sind meine Schuhe, da hat ein Fünfklässler mit Scheiß auf den Schuhen draufgetreten. Ich hab immer noch so den Schulausweis abgezogen, ich hab die immer noch nicht abgegeben. Hier ist die zweite Toilette, Waschmaschine. Toilette, Waschbecken, Papierkorb oder so. Und, äh, geizig, meine Küche, Alter. Okay, zeig mal her. Boah, was ist da alles zu geben, Junge. Es erinnert mich auch an, dass mein Freund war so bei mir, ne? Der hat so gegessen Chicken Wings, ne? Aha. Da meinst du, was für Chicken das ist? Ich meinte, das ist kein Chicken, Bruder, das ist Katze. EIN! Nein, die war's. Doch, doch, Bruder, Katze. Also, also, warte mal, du hast deinem Kollegen Katze zum Essen gegeben. Wie war seine Reaktion? Der meinte, boah, geil, Junge. Nein! Das ist, kick auch nicht Tomatenketchup drauf, das ist kein Ketchup, das ist Katzenblut. Mit Gelee. Hier, keine Ahnung, Bruder, steht ja seit 10 Tagen, ob es vergangen ist, oder wie du... Iiiiih! Warte mal, zeig mal nochmal. Hier, Bruder. Bruder, will... Boah, boah, Digga! Willst keiner mal wegschmeißen? Nein, Junge, das riecht wie Schwein. Hier, Knoblauch. Aha, aha. Ist aber geil, hier Tee, ich glaube, das ist schon abgelaufen, ich kann auch auf Tee abgelaufen, aber das steht ja seit 10 Jahren, hat niemand angefasst. Das da, die mühse Geschmack, das ist meine Schwester, weil die ist Veganerin, die schmeckt immer so, die ist halt kein Dreck, Pflanzen fressen, aber das ist ein Gras oder so. Ey, Chad, no bio Haustur, ja oder nein? Und eine Schere, da habe ich meine Katze abgestochen. Ey, yo, Bruder, also bei euch dürfen die Katzen nicht in die Nähe von bei euch dorthin kommen, ne? Bruder, bei uns gibt es keine Tiere mehr, alles ist tot. Selbst nachfassend, guck mal. Guck mal, Marsha haben so kleine Magi, ne? Aha. Oder was ist das? Ey, yo, sowas gibt es nur bei Ausländern, Chad. Sowas gibt es nur bei Ausländern. Aber Magi ist geil. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Magi ist Baba. Aber, ja, mehr gibt es nicht zu sehen. Okay, okay, okay. Gehen wir nochmal zurück in dein Zimmer? Ach so, ja, okay, warte. Warte, ein bisschen dunkel, aber egal. Muss ja niemand sehen. Man hat die Rechte nicht gesagt. Okay, okay, okay. Also, du hast, hast du deinen Tisch? Meinen Tisch? Ja, aber hier, Lachgummi. Na, da ist auch wieder ein Taschentuch. Ja, da ist aber, weil, äh, Sackharram gejuckt. Na, warte. Bro, au, hey, oder? Na, bro, what? Bro, warte mal. Der Bruder ist nur am Jackson. Und stich irgendwelche Katze aus der Nachbarschaft ab. Na, das war lustig, ja. Diese war lustig. Ei, 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 okay. Oh, warte, warte, warte. Guck mal. Guck mal, ist, Dinger. Bevor wir hier irgendwie anfangen, ist dein Vater auch Arzt oder bist du Jeff Bezos Verwandter oder wie sieht's aus, Bruder? Mein Vater hat drei Firmen, also ein Drittel davon. Nochmal bitte? Ein Drittel gehört drei Firmen von denen. Okay, 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 okay. Okay, gut, dann, 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 dann beginnen wir deinen Austaus. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Okay, äh, das ist meine Küche. WAAA! Nein, stopp, Bruder. Ey, ja. Warte, warte, warte. Warte, äh, dreh dich mal nach rechts, rechts. Stopp. Also, äh, ein bisschen links. Ist da ein Fernseher? Ja. Bro, nein, warte mal. Guck mal, mit was zu einer Selbstverständlichkeit der Bruder Ja sagt. Der hat ein Curved Screen in seiner Küche. Und er ist für den Scheißdorfer. Na, what? Ich muss immer Fies ab. Okay, 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 ja, kannst du weitermachen, kannst du weitermachen? Okay. Digga, hart. Das ist, äh, hier. Das ist Garage. Okay, 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 verbunden Garage mit Haus, okay, sehr stark. Das ist Hochrecke. Aha, aha. Traust du? Ja. Nein, das ist von meiner Mutter. Das ist, äh, mein Wohnzimmer. God, God, warte, 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 warte mal. Was, wie groß ist dieser Fernseher? Äh, der ist größer als dein Penis. Also, der ist so ein, so breiter, ein Meter, Länge 50 Zentimeter. God, damn. Okay, okay, weiter, weiter, weiter. Ja, wir gehen hier weiter. Das ist von meiner Frau, äh, der Büro, halt. Aha, Büro, okay, okay. Äh, das war ein Kater, der, äh, das, äh, das Spiegel. So, wir gehen jetzt nach oben. Ei, 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 ei. Das ist mein Badezimmer. Warte, 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 hast du gerade dein Badezimmer gesagt oder ein Badezimmer? Meins. Du hast eine, du hast ein eigenes Badezimmer. Ja. Pff, okay, okay, stark, stark, stark. Warte, 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 warte. Warte mal, warte, die Toilette auf? Drei. Ist, sind das Kackstreifen? Ja. Aha, bruh, what? Fang an mit. Okay, okay, weiter, weiter. Aber ich bin nicht reich. Was bist du nicht? Denkst du, ich bin reich? Also, Bruder, du hast ein curved Screen in deinen verdammten Küche. Und das ist für dich völlig selbstverständlich. Ich glaube schon, dass du sehr wohlhabend bist, sagen wir es so. Okay, das ist von meinen Eltern das Zimmer. Okay. Jetzt kommt mein Zimmer. Aha. Na, dass er einfach Kackstreifen in seinem Klo hat, ist crazy, bro. Aha, aha, aha. Okay, starkes Zimmer, starkes Zimmer. Okay, jetzt kommt es von meinem Bruder. Wie viele Geschwister hast du? Ein. Ein, okay, okay. Einen großen Bruder, der mich immer schlägt. Wie alt ist er? 17. 17, okay, okay. Okay, hier. Ich glaube, der hat nur hier halt. Okay, sauber, 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 sauber. Sauber, ne? Sauber, sehr sauber. Starkste, okay, okay. Wie viele Etagen habt ihr? Äh, drei. Drei, okay. Okay, okay. Das ist die Abstellung. Okay. Das ist halt Training, also hier trainiere ich. Aha. Aber kann auch halt so Gästezimmer genutzt werden, so. Jede Licht an, verdicktes Mist, gell. Äh, hier. Äh, ist halt. Bah, äh. Gäste? Das könnte ich eigentlich. Ja, das könnte ich eigentlich bekommen. Okay. Äh. Wunder dich nicht. Wow, Arda, wow! Wow! There's no way, dass das legal gerade war, was er gemacht hat. Wie gehört denn das Kleid? Deiner Mutter oder wie? Nein. Okay, äh. Stopp. Ich hab noch... Ja, ich hab... Was hab ich denn noch nicht gezeigt? Hab ich... Ah, äh, meine Terrasse. Ja, kannst du auch zeigen? Äh. Also... Ist halt böse dunkel. Ich will nicht wieder auf die Presse fliegen. Alles gut. Okay. 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 Jack, was sagt ihr? Es ist das beste Haus bis jetzt? Sonst hier. Füße. Oh, hey, Ona. Wir wollen wirklich nicht deine Füße sehen, G. Okay. Digga, nein, aber ich... Okay, ich weiß, ich mach Onlyfans. Das ist deswegen wünschreich. Was? Nichts, nichts, nichts. Okay, ich dachte, ich hab was gehört. Okay, sauber, 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 sauber. Okay. Dann, äh, Simon heißt du wahrscheinlich? Äh, ich heiße Simon. Simon, amen, same man will do, man. Ähm, auf jeden Fall Starks Haus, Stark Haustour. Ich küsse dir herz. Danke, dass du mitgemacht hast, ja? Hier ist noch, äh, Simon und ich tschüss ab und zu auf dich. Ja, ey, bruh. Time to go. Ein Bogen, das waren die Haustour von meinen Viewer. Auf jeden Fall lustiges Ding gewesen. Wie gesagt, 1000 Likes. Wir machen ein Part 2 davon. Ich merke, den einen oder anderen geht's gut. Was für Deutschland ist in irgendeiner Krise oder Leute haben zu wenig Geld oder so. Euch geht es gut, man. Bro hat ein Curved Display, äh, ein Curved Fernsehen in seiner Küche. Und das ist völlig selbstverständlich, bruder. She is crazy, bro. Auf jeden Fall, chat, ich küsse euer Herz. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Wenn euch dieses Video gefällt, liken, kommentieren, abonnieren, nicht vergessen. Und wie gesagt, bei 1000 Likes machen wir ein Part 2. Und bis zum nächsten Mal. Gra-Bum.